Es ist Vlog! Es ist Vlog! Es ist Vlog-Zeit! Seid dabei! Herzlich Willkommen beim neuen Part, neuen Tag ist angebrochen. Ja auf jeden Fall, neuer Tag angebrochen. Wir sind ready, es ist immer noch nass. Es regnet aber nicht mehr tatsächlich, aber wir wollen halt warten bis trocken ist, entweder gehen wir dann in den Park oder in die Halle. Ja eins von beiden wird so werden, aber es sind guter Dinge, dass es trocken wird und dann ja vorher wird auf jeden Fall noch VR gespielt. Nicht von mir, aber von einigen anderen, die haben Bock. Und John Wick ist ja gerade oben auf Toilette. Das haben wir gestern Abend schon gesehen. Und ja, sehen wir uns gleich beim VR spielen. Und dann machen wir keinen Skate-Urlaub mehr, sondern nur noch VR-Urlaub. Ja dann sehen wir uns gleich! Bis gleich! Boah, Juni! Haben wir Juni oder haben wir Ende Oktober, Junge? Ende Oktober, so fühlt sich das an, guck mal, ich bin Pulli unterwegs. Ja, ich bin nicht im Pulli unterwegs. Wir gehen jetzt im Grunde einkaufen und dann checken wir den Skatepark ab, ob der trocken ist. Ja, mal gucken. Bis gleich. So, es sieht ziemlich trocken aus, wir sind hier jetzt angekommen, bisschen trocken, bisschen nass. Sieht aber gut aus. Wir fahren jetzt vom Park hin, checken wir ab, bis gleich. Dann bist du auf ein paar kleine Stellen, jetzt hier zum Beispiel, ist es echt trocken hier. Auch die Obstacle, ja ein paar Obstacle sind ein bisschen nass, wie das Rail und so. Aber der Rest ist halt ein bisschen frisch, windig. Ja, mal gucken, was wir hier für Aufnahmen sammeln. Bis gleich. 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 oder hier parkour janschlappen alter hashtag janschlappen so Sebastian ist raus, die Sache ist, dem fühlt sich nicht gut, krank und er hat jetzt hier nochmal eine Line gemacht, die er unbedingt machen wollte, hat er nochmal abgefilmt und jetzt fährt er nach Hause, er hat voll Kreislauf, Kopfschmerzen, geht's überhaupt nicht gut, er hat auch den ganzen Tag nur gepennt, schon gestern ging's ihm nicht so gut, ja, ist jetzt raus und jetzt ist der Lorzi dran. Oh! Oh! Ah! Haha! Ha ha ha! Ah! Ja! PUSH! Willst du dich? Doch, oder? Ja, der war schon. Ja, aber der war gestanden ist gestanden. Also Leute, wir sind jetzt aus dem Blamer See Skatepark raus, fahren jetzt nach Hause, sind auch schon sehr gebumst. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher beim Burger machen am Esstisch und dann beenden wir den Vlog und dann ist das Wochenende auch schon so gut wie vorbei. Haut rein! Wir sind fertig? Ja. Und? Schmecken die? Geht? 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 Weiß Marco. So, Freunde, das war's mit dem Video. Das ist natürlich jetzt schon der nächste Morgen. Ich bin auch schon wach. Wir haben leider den Abschluss gestern vergessen zu machen. Genau. Ich hab das leid vergessen nochmal zu sagen, wie der Abend war. Wir waren noch Burger essen, auf einmal war vorbei und dann dachte ich, ja, shit. Aber VR hatte Vorrang. Ja, wir haben noch VR gezockt, jetzt hast du ein neues Game wieder. Wir sind nur im VR-Game, ne? Aber es macht schon Bock irgendwie und dann, wenn das Wetter natürlich so kacke ist und zum Abklinken. Weiter mit dem nächsten Video. Tag war geil. Burger waren geil. Skaten hab Bock gemacht. Ja, weil morgen quasi für die Leute gucken, ja. Ist ja dann erst der nächste Tag für uns. Ja, das ist kompliziert. Macht euch keinen Kopf. Wir sehen uns morgen. Bis gleich. Äh, bis morgen. Ciao. Ja, weil heute wäre ja gestern so umgedreht. Ja, genau. Also, go Michel.